Untertitelung des ZDF, 2020 Verhältnishungrige junge Mädchen werden zur leichten Beute hemmungsloser Brutalität. Und wann wird man zur MoMA ernannt? Wenn du es mit jedem von uns treibst. Mit allen zugleich? Wir helfen dir, dich auszuziehen, Baby. Wer hat das LSD? LSD? Und das verspreche ich euch, das dauert mindestens drei Tage, wenn ich mit euch auf die Reise gehe. Wow! Guck mal hier! 600 Eier! Solange die Banditen frei herumlaufen, wird sie immer nur in Angst leben. Als ob es noch nicht genug ist, was sie ihr angetan haben. Abknallen müsste man diese Halumpen. Dich wollte ich schon lange fertig machen. Darf ich fragen, wie du mich fertig machen willst? Zu Tode quatschen? Bei aller Ohnmacht der Öffentlichkeit stellt sich ein Einzelgänger unerschrocken gegen die Engel der Hölle. Herr Oberstaatsanwalt, stimmt das Gerücht, wonach die Mädchen sich weigern, eine Aussage zu machen? Sie dürfen nicht vergessen, für einen Anklagebeschluss brauchen wir einen Belastungsteug. Sie können mich einsperren, solange Sie wollen. Aber mein Kind wird da nicht mit hineingezogen. Ich hätte das Recht, sie ihn schutzhaft zu nehmen. Und zwar so lange, bis sie ihre Aussage machen wird. Ehe, reiße ich hier eigenhändig die Zunge heraus! Verschwellen Sie! Darühe! Sie werden die Anzeige zurückziehen und die Aussage verweigern. Sonst ist ihr geliebtes Töchterchen im Eimer. Ich überleg es mir. Tu das! Klar, baut da mal nun King Kong. Ihr bringt Luen so lange ins Schlafzimmer und passt auf, dass sie sich nicht langweilt. Legt sie auf die Couch und analysiert sie. Daddy, bitte. Ich bin nicht vergeteilt worden. Du bist nicht prall, du weißt nicht, was du redest. Verdammt noch mal, ich sage dir, dass es schön ist, es ist schön! Warum? Warum mit denen? Weil sie alles das sind, was ihr hasst. Als Maul! Um für ihre Untaten nicht zur Verantwortung gezogen zu werden, machen die Engel der Hölle ihre eingeschüchterten Opfer mundtot. Was tu lieber nicht. Ich hab dir ja noch nichts getan, was willst du denn? Hast du Schiss? Ich weine glatt. Ich weine glatt. Die Sterne sind heute besonders he. Finden sie nicht? Oh, Billy, Billy, Billy. Was soll ich nur machen? Auswüchse hemmungsloser Happenings. Verwandeln in heißen Sommernächten abwegige Spielereien in blutig Ernst. Noch wilder als die wilden Engel nach dem schockierendsten Film des Jahres. Jetzt Engel der Hölle. Los, an die Wand. Ich bring dich um, Billy Jack. Und wenn es meine letzte gute Tat auf Herden wäre. Du Schwein. Ich reiß dir die Eingeweide raus.